vw discovery media und zwar ein bildschirmwechsel von der alten generation auf die neue generation und das geht wunderbar einfach wie ich hier in diesem kurzen video zeigen werde um den bildschirm zu wechseln muss man zuerst die abdeckung hier entfernen und da muss man einfach entsprechend mit einem kleinen öffnungstool oder einer plastikschaber an der seite dass die den displayrahmen bzw da die plastik panel etwas hoch drücken weil das ganze ist nur gesteckt dabei muss man natürlich etwas vorsichtig sein aber eigentlich nur etwas raus hebeln und das natürlich nur schritt für schritt und nicht extrem ruckartig und dann kann man das ganze einfach nach kurzer zeit schon abziehen an allen ecken und kanten sozusagen einfach mal ein bisschen hoch drücken dann und dann poppt das ganze raus und schon ist das ganze die ganze abdeckung hier draußen und man kann es einfach ablegen das wäre jetzt schon der erste schritt und jetzt kann man eigentlich nur noch das display einfach einfach ausbauen und das war's und genauso wird übrigens auch die neue abdeckung eingebaut das ganze entsprechend natürlich jetzt gegenseitig und hier auch noch mal die nasen wie gesagt das ganze ist nur gesteckt das kann man einfach in dem sinn rausziehen und das ganze war es schon einfach jetzt muss man auch noch diese bildschirm ausbauen und dann war eigentlich schon die arbeit zu 80 prozent vorbei um den bildschirm jetzt rauszuhebeln brauchen wir sogenannte entriegelungshaken wenn man diese entriegelungshaken nicht hat oder amazon mit der lieferung viel zu lange braucht weil man sie schon vor einer woche bestellt hat und die scheiß dinge immer noch nicht da sind tja dann nimmt man einfach eine pinzette eine nagelfeile oder irgendwas anderes dünnes spitzes und damit kann man die ganzen dinge auch ausmachen wie hier mit diesem hübschen ding das ist zwar jetzt ein bisschen verbogen aber das ist jetzt nicht ganz so tragisch würde ich sagen und zwar muss man die entsprechend nur an vier positionen rein drücken und dann kann man die gerade raus hebeln ist das ganze raus gehebelt kann wir jetzt nur noch die kabel abziehen und hier ist das große loch bin ich spreche mit der stromversorgung und den usb stecker hat man natürlich die passenden entriegelungshaken wie hier solche vier stück geht das natürlich alles relativ wesentlich einfacher die stecken gerade rein und dann poppt das ding quasi einfach raus und die ganze arbeit ist in unter fünf minuten sogar erledigt dann kommt eigentlich jetzt nur noch der neue einbauerrahmen wieder hier drauf das heißt das navi geht rein der einbauerrahmen kommt jetzt einfach nur hier drauf und das ganze war es schon damit ist die installation abgeschlossen wie man jetzt sehen kann sieht der neue bildschirm wesentlich besser und hübsch aus auch wenn die auflösung eigentlich gleich geblieben ist aber der neue bildschirm wirkt irgendwie wesentlich frischer und aktiver und er hat natürlich auch 8 zoll im gegensatz zum alten display das nur 6 1 halb zoll hat neue funktionen kann man natürlich damit nicht freischalten es ist nur ein reines reiner display tausch das heißt alle funktionen was vorher nicht drin waren sind jetzt auch nicht drin logischerweise ja und ganz zum schluss jetzt auch nur noch der oberrahmen wieder drauf gesteckt mir sehen kann ist jetzt der neue rahmen drin ja und damit wenn man jetzt eigentlich auch schon fertig es gibt auch keine fehler kurz also es ist quasi plug and play ein internen fehler code gibt es zwar weil man jetzt das den bildschirm getauscht hat den kann man auch weg programmieren lassen wenn man das will dafür braucht man entsprechende spezial tools was man käuflicher werden kann oder zum händler seines vertrauens gehen der kann das auch machen für einen kleinen obolus natürlich hier mit so einem spezial tool kann man das entfernen aber gesagt das brauchen wir nicht da dieser fehler code nicht ersichtbar ist gut das war jetzt ein kleines video von mir vielen dank fürs zusehen und auf wiedersehen